hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge baldos gates dark alliance wir sind da okay ich habe mir ein bisschen geld gecheatet ja ich wollte eigentlich noch tränke kaufen gehen das muss ich nur machen verkaufen kaufen so speichern wir noch er weiß uns wäre es scheiße 38 tränke darunter zu gehen es war ein bisschen zu wenig ja nicht aufgepasst aufs leben so die folgen werden jetzt nur noch 15 minuten lang weil ich lust darauf habe keine 25 oder 30 minuten mehr ouch na komm ouch ja du machst es doch gar nicht mal so schlecht so ouch ouch trefft mich genau mit der axt verdammt noch einmal das gibt es doch nicht so wir schlagen die schnell zusammen kann ich mich voll und ganz auf den da oben konzentrieren auf den dicken so da jetzt haben wir den so 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 hat richtig jetzt ist er weg der ist auch weg so auch weg so das kam nicht mal so schlecht gerade gucken wir mal weiter was haben wir noch hier so war nicht mal so schlecht gerade es läuft so ein bisschen immer mal gucken da ist ein riesen das war zu erwarten ist nur an den ranken das war glück er war speichern das war gut kann uns beschmeißen so viel wir wollen so viel er will jetzt hat er nicht getroffen das ist nicht gut in der luft aber ich hab da gespeichert ist gut eishöhle ebene 2 ein bisschen anders drum laufen dass ich nicht auf seine axt lauf ja ah komm ich muss einmal rumlaufen wegen seiner axt noch mal so ein großer aber ich speichere erst mal so wei wei keine tränke mehr ich bin schon wieder tränkearm ich glaube da kommen wir noch mal gehen auf 20.000 runter mal sehen an er kommt das reicht über 100 69 genau 69 ich habe nicht gezählt ich zähle nie ja das war ja zu erwarten na komm hmm So Okay, da ist nochmal so ein Riesel Okay, da ist nochmal so ein Riesel Was sind hier Spinnen? Ist okay Haben wir was gekriegt? Natürlich nicht Nur Geld Oh, Riesenspinne Oh, Riesenspinne Jetzt ist die Spinne auch erledigt So Okay Da geht's nicht weiter Aber es dürfte ja kein Problem sein Gehen wir erstmal nach hinten Und das Kungus da noch kommt Noch mehr Spinnen Immer mehr Spinnen Immer mehr Spinnen Und immer mehr Spinnen So So Scheiße Kein Rückruftrank Das ist richtig kacke jetzt Ich habe keine Rückruftränke mehr Verdammt 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 Ich muss zurück Aber Leute, damit würde ich sagen Ich würde mich freuen, wenn ich das nächste Mal wieder einschalte Und wenn es heißt Let's play Baldur's Gate Dark Alliance Das ist richtig kacke jetzt